So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1 beim Welten-Karatzern So eine Trader machen hier Eine neue Welt und zwar die Welt von Holobest, die dürfen hier sein Ich glaube die letzte, die ihr sehen könnt Und hier sind wir in einem ganz unbekannten Ort, wo wir noch gar nicht waren in dem Moment passiert Ich glaube das war Monat uns und in unserem Schiff Denn wir wollen die Herzen schaffen, weil ich weiß, oder? die ich euch gebarrt die welt sollt ihr mit einem tiefen schmerz überziehen erscheinen soll es das herz der wahren welt vor allem sollt ihr alle herzen ein herz alle herzen alle herzen ein herz das herz aller herzen die bursche des dunkelheit du kannst du euch ihr kinder der schatten da stecken sollte das licht erneut doch nur für reine herzen öffnen sich die pforten des königreiches sieben säure und duge umrührten herzen sieben schlüssellöcher und zwei schlüssel öffnen jede pforte in der dunkelheit die pforten über den lichteinheit gebieten dem lichtenden herzen bleiben sie auf ewig geschlossen und dunkelheit seid ihr heimkern und euer kinderdunkelheit bis die zeitkommend ist seid ihr und euer herz das ihr findet so und die wurden sie anscheinend erschaffen ich weiß ich nicht genau so wie wir können die jungs herzen sind wohl ich habe hier die floren aber zu tun genau so was wir so als einzig mit dem wir nicht mehr betreten können, denn ihr seht schön hat sich erledigt mit und dafür haben wir hier unseren nächsten Boss der Boss, der nirgendwo auftaucht und ich meine wenn wir so auftaucht, dann meinte ich, der taucht einfach nicht in eurer Chronik auf so Jimmy hat nur anscheinend total vergessen, dass sie so was existiert und dies sind wir jetzt ein Disney Boss und wir filmen Phantasia das war ein bisschen Musik Film ich würde ja gar nicht mehr sehen, dass sie vor dem Video kommt wie auch das beste Tool ist einfach mal bei seinem Kopf zu bleiben und immer einen schönen Fit Zauberer zu haben zwei Schönen Blitz! Schönen Blitz! Verletzte Form zu sein! Ja, das ist... Das ist fein, das hier. Schönen Blitz! Schönen Blitz! Schönen Blitz! So, erledigt das Fall! Machst du Harpel und Astrid gelernt! Wunderbar! Das war doch einfach! Machst du gut! Ich hab' vor allem auch eine schwere Erinnerung gehabt, aber... War doch einfach, als ich dachte... Schönen Blitz! Und wir lernen unser letztes Gruppen-Appet! Den Parageleiter! Ability Sora... Ach, Jackpot haben wir noch! Ja, oder müssen wir mal ein paar Api-Gebien schlucken? So... Ich will noch mehr Geld! Weil ich nicht mehr gebrauchen könnte, denn ich glaube schon alles, die man kaufen kann! Ja, stimmt, ey! Könnte ich den Jackpot auch rausnehmen, naja! Wollen wir nachher mal rausnehmen! So... Jetzt sind wir zu einer Krankenparallelwelt, oder... Ich weiß nicht, was das darstellen soll! Ich könnte meinen, es ist Halloween Town! Ich könnte meinen, es ist Halloween Town! Und da wären wir schon bei den letzten Augen! So... Und wieder ein... Ne, ja... Aber du bist morgen! Welch eine große Freude! Ja... Ich kaufe ja gar nicht häufig auf in dieser Welt! . . . Weil wir nicht dieses Emblem zerstören. Breche Ton und abkommst sie. Okay, ich würde schon mal mit dem Eckluss zu verbrechen. Ich dachte, ich würde schon über dieses Abkommst. Ich habe mich von der Eckluss zu verbrechen. Aber hier kann ich natürlich auch gleich mal die Stärke von Triogramm zeigen. Ich habe die Idee, dass er für ihn mir doch immer wieder zerstört. Ah, ich schaffe sie weg, wo ich mir vorstelle aus dem Zeilen bin. Aaaaah! No skills! No skills! It makes nothing! No skills! Aaaaah! Everyone knows level up! But I don't know how to do that! I don't know how to do that! I'm gonna die! Music Based on a weary Music Instities A końca Music The Operation Is this an anti-4-buy? We know, we don't know. We can finally get out of here. And then we have... ...has achieved the battle of the bus. Here is the bus. Let's go. What is this? Do you hear that? There. Yes. This is the last, sure, Runderland. I will not protect you. But no fear. Your heart is the most powerful weapon, which it gives. You will not be sure you will. der die Tür zum Licht öffnen wird. Ich höre nichts. Die Stimme kam mir bekannt vor. Vielleicht fühle ich mir das noch mal ein. Vielleicht hörst du dich ein wenig ausruhen. Gut. Jetzt zeige ich noch ganz kurz das Kariogramm. Ich hab' da auch noch nicht gesehen. Fünfe brauche ich dafür. Das kann man jetzt ruhig ablegen. Das brauchen wir nicht mehr so wirklich. Ich lege jetzt erstmal das Sku da noch ab. So, wir müssen gleich wieder aus. Nur kurz für das Kariogramm. Das wird demonstrieren. Guck, das ging auf genau. Leute, kommt doch mal her zu mir. Ditch Mount ist wieder zu springen. Wunderbar jetzt. Mal wird zu Hause sein, wenn es die Tür schläft. Wo wird wir jetzt vor der Tür schläft? Was ist das denn? Was wird die Tür zum Ende desanoil? Ich bin der Tür zum Ende desanoil. Ich muss mehr die Tür schläft sein. was kein Spiel braucht. ich bin der Tür noch zu tun. Ich bin der Tür. Oh, da war es ein Kilogramm, da wird alles auf der Map. Das ist das Kilogramm. So. Ja, mal gucken, ob ich noch was mache. Oh, da könnt ihr doch immer schon Mühe ausrüsten, okay. Oh, gut, vier Punkte. Nee, den Dinger würde ich nicht wiedergeben, da verspannt er nur MP, die ich brauchen könnte. Nö, der ist schon Mühe. Ah ja, und der Paraglider. Kann man jetzt halt so sachte schnell auflegen, aber... Ich weiß auch nicht, warum wir das jetzt noch brauchen können, aber egal. Gut, im nächsten Mal brauchen wir den Pangoli Zykopossen an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.